Wer würde eher den anderen beiden dienen? Aber wird bezahlt, oder nicht? Ein Plagg bei sich benutzen. Zu Arsch! Metiker für Munz! Biuuuu! Jaaa! Oh, smash dir schon mal den Like-Button! Was geht ab, YouTube? Wir spielen heute... Wer würde... Jaaa, hey! Zusammen mit Hugo und Papa Platte, aka Kevin. Hi, hallo. Okay, ihr kennt das Spiel? Ja. Perfekt. Wer würde eher sich ein spontanes Tattoo stechen lassen? Boah! Boah, also... Hat er denn mehr Tattoos von uns? Hast du? Ich hab keine. Hast du? Ich hab auch keine. Ach du Scheiße. Also keiner hat Tattoos. Okay, krass. Okay, ohne abgucken, ne? Ja, pass auf. Ich glaub, ich nehm ihn hier. Ja, ich hab einen. Ich hab einen. Okay, drei, zwei, eins. Ich sag Hugo, pass auf, folgendes. Ich könnt mir vorstellen, dass man Hugo so richtig da reinforsten kann. Oh, ja, ja, ja. Hey Hugo, ich wette, du traust dich nicht, hier jetzt ein Smiley zu tätowieren. Dann würdest du's machen, ne? Ja, aber ich dachte bei dir wegen dem Content. Ich dachte bei dir auch wegen dem Content. Ja, ist dasselbe. Ja, okay. Du hast eine halbe Wohnung hochgesprengt. Das ist true, ja. Ich hab schon oft überlegt, ein Tattoo zu machen, aber ich hab das Gefühl, das erste braucht so eine Bedeutung, weißt du? Ja, ja, ja. Denk ich mir auch. Ich hab irgendwie noch nicht die richtige Bedeutung gefunden. Bei dir ist egal, ne? Nee, bei mir ist einfach nur, weil ich hab ein TikTok gesehen, dass wenn man sich einmal tätowieren lässt, ist die Haut so anders. Die ist so poisend. Wer würde eher eine offene Beziehung von euch führen? Oh. Was heißt das? Du bist quasi mit einer Person fest zusammen, aber du darfst trotzdem mit anderen Leuten schlafen. Ja, ja. Und sie auch. Oder her. Also, ich hab ne Freundin, du truppst trotzdem andere. Ja, genau. Aber sie weiß davon und sie auch. Du darfst quasi keine Liebesbeziehung mit einer anderen Person führen, sondern du darfst nur mit einer Person Sex haben. Ja, ja, ja. Hab ich einen. Ich hab auch jemanden. Okay, ich auch. Okay. Drei, zwei, eins. Flexify. Ja, scheiße. Oh mein Gott, du hast dich selber genommen? Ja, ja, ja. Ich hab mich selber genommen. Okay, crazy. Weil du einfach froh bist, wenn überhaupt irgendwer mit dir schläft. Ach, Digger, scheiße. Also, wenn ich mit der Partnerin das so einverständlich habe, dann... Ich bin ja auch offen für drei und sowas, weißt du? Ja, echt? Ja, ja, ja. Das vielleicht grad noch nicht. Vielleicht irgendwann. Noch? Da waren wir noch. Hoffnung ist da. Mach mal weiter, scheiße. Er würde eher mit seinem Sexleben angehen. Das einfach flexen, wie auch wenn er Sex hatte. Ja, ganz klar. Ja, okay, ich hab ihn. Okay. Drei, zwei, eins. Ich hab das Gefühl, ich selber. Echt? Glaubst du nicht? Ja, ich hab das Gefühl. Was? Keine Ahnung, ich glaub, du konntest einmal, aber ich glaub, wenn er öfter hätte, das würdest du flexen. Hugo fickt einen Stock irgendwo. Ja, aber umso öfter er Sex hatte, umso öfter wäre er darüber reden. Nein. Sicher? Sicher. Ja, doch. Okay. Doch, doch. Ich hab ja das Gefühl, dass ich der bin von uns, der am meisten über so, ne, der am meisten so über so sexual shit im Stream redet oder so. Deswegen hätt ich gesagt, ich. Aber ich geb damit jetzt nicht an, ich sag jetzt nicht. Bei uns frei hast du am meisten Sex aber auch schon. Was ist Party Count? Bei mir? Ich hatte einmal nur Sex. Was ist bei dir? Ist nicht so wichtig, oder? Sagt uns dir erst. Zehn. Zehn! Ja, siehst du, der größte Ficker von uns. Troll. Zehn! Ja, oder vielleicht auch. Wie, wann? Vergessen zu erzählen. Was? Hast du die gewusst? Digga! Wer würde eher seine Familie für Drogen verraten? Das ist easy. Ja. Drei, zwei, eins. Ja, Digga, Hugo. Was? Ja, glaub auch. Ich glaub auch. Hundertprozentig. Hä, warum? Für Drogen. Ja. Warum ich? Hä? Keine Ahnung, aber nicht mich. Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, du wärst so der Erste von uns. Ja. Wenn du in Köln wohnen würdest oder in Berlin, würdest du einfach zu koksen. Na, ich nehm Tiltro. Digga, ich trink noch nicht. Noch nicht. Wer würde eher einen Plug bei sich benutzen? Für den Arsch. Nee, Digga, für den Mund. Für den Mund. Gibt's ja auch, oder? Klassischer Mund-Plack. Ey, ich spuck mich noch nicht an. Sorry. Ja, okay, ich hab meine Person. Ich kann mich nicht entscheiden. Safe. Safe, safe. Wir haben die gleiche Person. Ja, okay. Drei, zwei, eins. Ja, ich hab auch überlegt, ob ich mich selber nehmen soll. Aber wir haben beide Kevin genommen, nicht auf dem Platz. Ja. Warum schiebt sich nicht den Arsch? Ja, ja, ja. Kevin schiebt sich die großen Anal-Plugs rein. Warum ich? Ja, du bist so ein Asshole-Enjoyer, würd ich sagen. Asshole-Enjoyer? Hast du schon mal solche Spielchen benutzt? Ich? Ja. Hast du schon mal Monopi in den Arsch geschoben? Hast du schon mal Skipp um den Arsch gehabt? Wer würde eher eine Bank ausrauben, doch das Geld vergessen? Oh mein Gott. Ja, Digga. Ja, Digga. Das ist ja so schwer. Eher drei, zwei, eins. Digga, hält mir das noch. Ja, natürlich, du wärst sonst. Wahrscheinlich ich, oder? Digga, der würde nochmal zurückgehen und wirklich jeden Euro mitnehmen. Digga, ich würd's komplett den Dinger leer machen. Ja, ja, ja. Die alle totschießen und das Geld mitnehmen und dann hoff. Also halt im Metap, in GTA. In GTA, okay. Ja, wenn's darum geht, dann hätt ich mich ausgelaufen. Haben wir alle Hugo. Ja. Okay, fresh. Wer würde eher im Stream seine Adresse lieben? Ja, bereit, Jungs. Keine Ahnung, könnt's schon drauf gucken von mir aus. Drei, zwei, eins. Du dich selber? Ja, ja. Schon mal gemacht? Ja, mehrfach schon. Ach, Digga, dann... Hast du dich selber auch genommen? Ja, ja. Hast du dich selber schon geliebt? Ja, ja. Das Ding ist, du wohnst halt in Luxemburg, Digga. Da gibt's vielleicht eine Person, die Deutsch sprechen kann sonst noch außer dir. Bruder, wer soll da kommen? Keiner denkt sich, holy shit, 300 Kilometer nach Luxemburg, da fahr ich hin. Digga, ich wohne in Köln, man da vorne in Berlin. Weißt du? Hast du schon geliebt? Mehrfach. Macher, wo sind die Fans? Ist keiner gekommen, Mega-Site. Ich lieg so mit Absicht, damit Leute mal endlich kommen, aber keiner kommt. Ist das scheiße. Ja, bin ich gut. Ich hab mich noch nie gelegt, Jungs. Mache. Wer würde eher bei Thelma vs. White teilnehmen? Teilnehmen? Ja. Also... Ja... Okay. Ich würd mich selber nehmen, weil ich schon seit die erste Staffel ist, meinte ich, wenn ich eingeladen werde oder wenn's ne Team-Dings gibt, so wie jetzt, dann bin ich hundertprozentig dabei. Aber ich könnt, no joke, ich würd genauso deutlich auch Hugo sagen. Also ich war ich oder Hugo, ich glaub, du würdest es vielleicht ablehnen. Ich hätt auch dich doch genommen. Ich glaub, ich würd am ehesten von uns dreien aber überleben. Nein. Nein. Safe call. Ich hab gebrochen. Ich mach weiter, ich drück nicht auf den Knopf. Du bist der, der stirbt nach einem Tag. No joke, das stimmt aber. Hugo würde am ehesten... Ich weiß nicht, ob Hugo am ehesten überleben würde, aber Hugo würde am ehesten nicht den Knopf drücken. Ja, das kann sein. Der ist halb am sterben, vergiftet. Der würde am Ende, wenn er so ein Bein fehlt, Digga, Arm fehlt. Oder er baut noch so ein Shelter dann auf einmal, weißt du? Ich hab überredet, das ist die nächste Frage. Der würde am längsten überleben bei Samuels. Ja, hundertprozentig. 3, 2, 1. Überleben würde ich nicht sagen. Der würde am ehesten sterben. Nein, nein, nein. Der würde am ehesten nicht auf den Knopf drücken. Nein, nein, nein. Hugo würde quasi 14 Tage überleben und danach verenden. So ein, zwei Tage an den Folgen. Aber die 14 Tage würde ich überleben. Ihr auch gesagt. Ja, 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 ja. Das ist schwer dann tot. Ja, ich bin dann tot danach. Ist egal. So dumm. Wer würde eher auf Hentays fenden? Ja, 3, 2, 1. Ja, Mr. Säure-Angriff. Ja, mit Pfeilen, mit Klamottenfett zu machen. Ja, genau. Da gibt es so bestimmte Videos. Ja, ist scheißegal. Nee, da kommt halt so Säure einfach. Und dann sind die Klamotten halt einfach weg. Das sind die besten Videos. Nächste Frage. Wer würde eher eine Woche ohne Selbstbefriedigung auskommen? Ich würde sagen Hugo. Ich glaube Kevin, aber nicht Papa Flatter. Was? Der wichst dich doch jede Stunde. Ich glaube wegen Frau halt Selbstbefriedigung nicht. Ach so, ach so. Ich zählt nicht. Weiß nicht, zählt das da runter? Bumsen ist ... Nee. Das zählt nicht. Deswegen Selbstbefriedigung denke ich bei nur einer Beziehung. Aber ich mach das trotzdem eins, zwei Mal am Tag. Wann hast du das letzte Mal in gewiggelt? Vor zwei, drei Stunden. Hä, aber hast du keine Freundin? Hä, doch. Diesen Urlaub. Aber trotzdem. Auch wenn sie da ist, du mit zu werden. Ja, ich mach das jeden Tag. Warum nicht? Ich bin süchtig. Ich brauch das. Okay. Ja, okay. Dann Hugo. Fuck it. Mach's ja nicht oft, ne? Hugo meint, er macht alle drei Tage. Ja, ja. Mal weniger, aber mehr. Ich hatte vorhin, letzte Woche ne Phase, da hab ich drei Mal hintereinander. Ah, da hab ich schon lange nicht mehr geguckt. Bei, bei so ... Bei so ... Bei so Säure-Anteil genau. Ja. Und dann gab's halt neuen Content, den ich noch nicht gesehen hab. Aber jetzt ist wieder ... Jetzt ist wieder ... Sahara. Yes. Kein Content, Bro. Wer würde eher einen Fake-Account erstellen, um seine Ex zu stalken? Boah. Okay, ich glaub ich hab ... Ach, boah. Aber es kann sein, dass ich das jetzt voll falsch einschätze. Boah. Ey, das ist echt schon schwer. Ich würd sagen Maxi. Jungs, warum ich? Du bist so jemand. Nein. Doch. Und der heißt dann so ... Digga, halt mal die Feste. Natürlich. Null. Und du machst auch nicht so einen Account, der so heißt ... ... X-J-K-L-M-N ohne Profil wird, sondern der heißt so ... ... Wusel-Schmusel-2 oder so. Und dann so eine ... Du machst so mit Bio so ... ... Cat-Lover, Travel-Addict. Du machst auch richtig Try-Hard. Du hast so richtig Try-Hard. Ja. Oh. Doch. Wunderbar, wunderschönig. Ich würd sagen du. Digga, warum guckst du so korrig? Guck, du hast Faker-Code. Ja, hast du schon mal gemacht. Komm, zeig dir. Nein, zeig dir nicht, zeig dir nicht. Nein, ich hab's nicht. Ich würd's auch nicht machen. Ehhh. Ehhh. Wer würde eher den Furz des anderen genießen? Ja, oder also ... 3, 2, 1. Ja, Fungo. Was? Nein, ich hab's ... Nein, ich hab's nur meine eigenen ... Ich hab mich selber genommen. Was? Es ist ein Zeichen von Respekt, sag ich immer. Was? Bist du ein Fad-Enjoyer? Nein, bin ich nicht. Ein Fad-Enjoyer. Aber wenn jetzt einer von meinen Homies das machen würde, dann kommt ein ... Wenn ich dir jetzt ins Gesicht furze, dann würdest du ... Das ist tschül, Digga. Da bin ich an der Quelle dran. Das ist zu viel für mich. Du bist so im Kern. Wer würde eher Fred gehen? Hm. Das ist ein Tricky-One. Boah. Jungs, ich bin ganz ehrlich. Ich glaub gar keiner von uns. Boah. Das können wir nicht beantworten. Keiner von uns wird's machen. Jungs, wir machen's einfach nichts. Wir beantworten's einfach nichts. Scheiß drauf. Nächste Frage. Ich würd's sagen Maxi. Das ist doch voll gemein. Wir hatten grad voll den Moment pro. Wer würde eher den anderen beiden dienen? Hm. Was heißt denn hier dienen? Nein. So Sklave-Type of Beat. Ja, genau. Aber wird's bezahlt oder nicht? Nein. Okay, voll. Bro, dann nennt man das auch nicht dienen, sondern einfach Mitarbeiter. Das ist dann der Unterschied zwischen Sklave und Mitarbeiter. Ja doch, ich weiß. 100% nicht. Ich hab's grad gesehen bei dir. Ich scheiß, ob ich ... Ja, okay, 3, 2, 1. Fuck it. Ich würd's sagen Maxi-File. Oh, Hugo, du nimmst dich selber? Ja. Pass auf, ich sag mal. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass du so'n Fetisch hast, dass du voll gern so'n Tisch wärst. Du wärst ... Du wärst so ... Du wärst so nackt, wärst so'n so'n alleine. Stimmt, mir wurde vorhin gesagt, dass du nicht ... Dass du ... Wie heißt das nochmal? Oh, was? Jungs. Was? Was? Dass du so ... Du bist nicht dominant, du bist das andere. Ja, sub. Ja. Ach so, ja. Aber das ist ja nicht das, was er grade ... Boah, so er ist satt. Du scheiße, Digga. Bitte schneide das raus. Was? Doch, ich seh Maxi als so'n ... Tisch. Pass auf. In so nem Leo-Tanga. Mit nem roten Ball im Mund. Angekettet. Als Tisch. Du sollst Stuhl sein. Ich deinen Stuhl. Du willst dich draufsetzen. Ja. Muss ich immer aufpassen, dass ich nicht geil werde jetzt. Und? Guter Stuhl? Boah, geil. Das ist geil. Wie findest du die Massagefunktion in der Mitte? Wer würde eher ein Kuscheltier daten? 3, 2, 1. Ja. Das ist aber schwer gewesen. Ja. Dazu muss man nix sagen. Nächste Frage. Irgendwas sagen? Nein. Okay. Wer würde eher seine Freunde für Minecraft versetzen? Ja. 3, 2, 1. Du wichser. Du wichser. Du hast mich doch selber auch genommen. Ja, aber du schläfst Opfer. Ja. Ticker. Hups. Mir gar nicht aufgefallen. Wer würde eher an einer Datingshow teilnehmen, aber versagen? Ich habe mich selber genommen. Ich habe mich selber genommen. Hugo? Ja, habe ich auch überlegt. Ich habe, also ich denke an Hugo aus dem einfachen Grund, weil er, glaube ich, von uns beiden am wenigsten Erfahrung hat. Und ich glaube, deswegen bei Dates eher verkacken würde, als wir. Nö. Maxi hat friss-sex. Ich habe insane viel Sex. Wann ist das letzte Mal Sex? Letzte Woche. Echt? Boah, Playboy. So cringe. Aber warum fühlst du dich selber? Weil ich sehr krasser Trash-TV-Enjoyer bin und ich habe das Gefühl, ich bin der von uns, der am ersten in eine Datingshow geht, wenn ich Single wäre. Aber du würdest auch verkacken. Das war ja auch noch dabei. Ja, ich bin halt so... Ich glaube halt nicht, weil du siehst für mich richtig gut aus. Du bist sympathisch. Nee, ich glaube eben nicht. Ich glaube, man muss mich... Ach, halt deine Fresse. Komm, nächste Frage. Nächste Frage. Gibt keine mehr. Geil fürs Einschalten. Das war's für die Videos. Yo, yo, yo. Lasst einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Checkt die anderen Videos davon. Mo, Mo, Mo. Maxi for IP. Todaktiv. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt. Äh, wer?